So meine Freunde, einen wunderschönen guten Abend aus Wien und zwar mitten im Zentrum quasi am Wiener Hauptbahnhof, also dem neuen Wiener Hauptbahnhof. Das war ja früher der Südbahnhof. Und dieser Südbahnhof wurde ja auch schon von einigen österreichischen Musikern besungen, zum Beispiel ERV, Erste Allgemeine Verunsicherung, Sandler König Eberhard. Und das sind die Schicksale, die es eigentlich überall in den Großstädten Europas gab. Irgendwelche Menschen, die mit großen Hoffnungen sich in Großstädte begeben haben. Sie wollten hier das Glück und den Erfolg finden, haben vielleicht sogar auch eine konkrete Arbeit gehabt, ein Angebot. Also im seltensten Falle kommen Leute einfach mal irgendwo hin und gucken, wie es weitergeht. Klar gibt es auch solche verlorene Kandidaten, die überall mal hinkommen und denken, Grass is greener on the other side und hoffen, dass man da irgendwie was abgreifen kann. Nur, was ich jetzt meine, das sind die klassischen Schicksale. Entweder aus irgendeinem benachbarten Land angereist. In Wien waren das natürlich viele, auch aus Ungarn, Slowakei, aber auch Ex-Jugoslawien, Serbien. Und die sind dann irgendwie durch gewisse Umstände gestrandet, obdachlos geworden. Und die meisten, ja, sammeln sich dann am Bahnhof, wollen Gleichgesinnte treffen. Und es gibt auch viele Österreicher, die hier rumlaufen, betteln, die Passagiere nach Geld fragen. Das ist halt, hier ist viel Fluktuation. Hier gehst du niemanden auf den Sack, wenn du irgendwo im, sagen wir mal, Stadtteil bist. Da ist die Wahrscheinlichkeit, die gleichen Leute zu treffen, natürlich hoch. Aber am Bahnhof ist eine ungeheime Fluktuation. Da kommen die Leute im Minutentakt auf irgendwelchen Zügen oder die gehen zu Zügen, kommen an oder wollen wohin. Und da ist natürlich der Gedanke von diesen Leuten, ja, man hat da viel mehr Möglichkeiten. Es kommen ja ständig neue Leute. Und da gibt es einen Nachschub. Aber traurige Realität ist, dass Leute, die am Bahnhof sind, natürlich genervt werden durch irgendwelche Wetteleien und Ansprachen. Die essen irgendwo, wollen sich ein bisschen entspannen, warten auf den Zug. Und da kommt dann so ein Typ an und bedrängt die Leute, ja, geht mal hier, lass mal was essen und hier. Ja, und meistens ist es dann halt auch so, dass in Bahnhöfen immer mehr Securities und Bahnhofsicherheit wird großgeschrieben. Ja, gegen Bettlern das Betteln vereiteln. Es werden ganz schnell Betretungs- und Hausverbote ausgesprochen. Ja, da könnte man stundenlang darüber reden. Nur gibt es hier auch gewisse Gestalten aus Wien, die, wenn sie kein Geld mehr haben, beziehungsweise das ganze Geld schon früh am Anfang verdankt und versoffen haben. Ja, die kommen dann auch an gewisse Bahnhöfe und betteln dann Passagiere an. Die sind ausgestattet mit Oberschoppeln. Man kann ja immer wo was abgreifen und was bekommen. Das ist genau der Hintergrund. Und ja, solche Typen gibt es natürlich hier auch. Jetzt will ich da nicht ins Detail gehen, aber da werden wir noch eine ausführlichere Video-Zusammenfassung hier veröffentlichen. Weil wir waren ja hier in Wien natürlich ein paar Tage unterwegs, haben uns mit ein paar Leuten getroffen. Und da sind ein paar sehr, sehr interessante Neuigkeiten ans Tageslicht gekommen. Also, seid gespannt. Wir waren aktiv. Sind es immer noch. Wir sind immer noch im Meme. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute. Ciao.